Posthume Ehrung für Armand Soldin. Der in der Ukraine getötete Journalist der Nachrichtenagentur AFP ist in die französische Ehrenlegion aufgenommen worden. Per Dekret von Präsident Emmanuel Macron wird Soldin zum Ritter der Ehrenlegion ernannt. Es handelt sich um die höchste Auszeichnung in Frankreich. Der Videoreporter war am 9. Mai bei einem Raketenangriff im Osten der Ukraine getötet worden. Soldin war Teil eines fünfköpfigen Teams von AFP-Reportern, das ukrainische Soldaten an der Front begleitete. Die Journalisten gerieten am Rande von Chassifjana, der seit Monaten umkämpften Stadt Bachmut, unter russischen Raketenbeschuss. Der 32-jährige Soldin wurde tödlich getroffen, seine Kollegen konnten unverletzt entkommen. Soldin hatte seit dem ersten Tag der russischen Invasion aus der Ukraine berichtet. Seit September lebte er dauerhaft in der Ukraine. Soldin wurde in Sarajevo geboren und war als Kleinkind zu Beginn des Bosnienkriegs mit seiner Familie nach Frankreich geflohen.